Musik Gerade wenn ich mal viel im Büro sitze und der Rücken tut mal weh, da lege ich mich natürlich gerne drauf. Ich benutze es um Stress abzubauen, wenn ich besonders angespannt bin. Sie merken das direkt nach einer Behandlung, wenn Sie auf dem System liegen. Das Produkt ist quasi der Stolz der Firma und es wird auch sich nicht ändern. Wir haben das Andulationssystem entwickelt und verkaufen diese Andulationssysteme sowohl an den Privat- als auch an den Firmenbereich. To undulate heißt die Welle erzeugen. Das Einzigartige an dem Andulationstherapiesystem ist die Kenntnis um die Resonanz verschiedener Gewebetypen. Für das Krankheitsbild gibt es ein Programm, das auf Sie abgestimmt ist. Das ist eine neue Art der Therapie. Einfach in einer Viertelstunde teilweise 50 bis 100 Prozent weniger Schmerzen zu haben, ist selten. Das typische Kundenfeedback ist, dass die Menschen aufstehen und sagen, hätte ich nicht gedacht. Seit der Unternehmensgründung 2001 haben wir jedes Jahr mindestens einen Wachstum von 30, teilweise 40 Prozent. Wir sind mittlerweile inklusive der Produktion fast 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Das ist schon mehr als ein organisches Wachstum, das ist schon eine Explosion. Unsere Unternehmensphilosophie ist, nie stehen bleiben. Wir geben Gas, wir gehen nach vorne. Wir haben pro Jahr ca. 1500 Auftritte auf Mess- und Veranstaltungen. Dann haben wir weitere Vertriebswege dazu gefunden. Wir machen heute intensiv Fernsehwerbung. Nachdem wir uns entschieden haben, neue Vertriebsbereiche anzugehen, war es klar, wir brauchen eine Lösung. Wir haben im Jahr 2003 das SAP Business One eingeführt, im Prinzip am Anfang für die ganzen Verkaufsprozesse. Der Kunde füllt einen Schmerztest im Internet aus, über unsere Webseite hhp.de. Diese Daten werden weiterverarbeitet im SAP. Mit diesen Daten können wir gezielter an den Kunden herangehen, weil wir eben wissen, was für ein Problem der Kunde hat. Dem Kunden kann man dadurch natürlich einen Best-Wand-Service anbieten, denn ich weiß ja ganz genau, was er möchte. Das ist ja das Wichtigste. SAP Business One ist für uns das Fundament für unsere Prozesse, Abläufe. Wir werden die Annotationstherapie weltweit überall anbieten und da wird uns SAP helfen. SAP helps HHP run better. SAP helps HHP run better.